die eigentlich doch so so und bruchern müssen manchmal eitmann die hohen hat 29 eiten erz cool wirklich cool ich glaube dann geht es wieder raus oder ne, das ist Lava Ah, mein Skelett muss aufpassen darf nicht sterben du weißt, ja, sterben ist uncool äh, und ungesund, ne das stimmt allerdings, oh, da geht, da oben geht es noch rum so schön, scheiß Zombie so eine Mega-Cola nix anderes äh, hier sind Diamanten, oder? ne, ist Gold, schade Alter, da geht es ja auch noch weiter vielleicht mehr Mors oh, da sind zwei Skelette zwei Skelette lass mal hier schauen, da gibt es ah, nix, oder? warte mal, da gibt es noch tiefer aber ich wollte eigentlich gerade raus um in die Miene zu gehen, aber ach, scheiß drauf ich habe hier noch ein bisschen Gold wow, was heißt ein bisschen? es sind mindestens sieben Erze ich will wieder nach oben, ey ich kriege keine Luft mehr ich kriege keine Luft mehr es ist gerade Nacht oder Tag? es ist gerade Nacht oder Tag? es ist gerade Tag ich bin wieder hoch, wenn es Nacht wäre ich bin lieber runter zu bleiben okay, ich bin wieder hier am Anfang warte mal da wächst sich doch jemand ein warte mal an Slime der hat ein bisschen Schleimhörer Schleimhörer geil oh, fuck du hast gehört huuuh geil oh, hier haben wir noch ein bisschen Eisen das nehme ich natürlich noch ein bisschen mit so ich komme nie wieder nach oben also hoch bauen ja, okay, aber ein bisschen dramatisch gestalten geht ja auch oh, scheiße, das war Lava brennt ich jetzt die ganze Zeit weiter? brennt ich jetzt die ganze Zeit weiter? nein ich bin gleich dort nein ich bin tot LOL scheiße oh, jetzt geil nochmal alles von neu ich hab die Lava berührt scheiße und du bist dann gleich gestorben? warst du nicht voll? nein ja, man muss ja auch voll sein da muss man immer drauf achten wo ist der Brau ist ich weiß nicht, wo man auf geht schmulte am Arsch der Welt gespawnt wo ist das da da bin ich in der Höhle und alles da kannst du mal deine Sachen wieder suchen und ich hab dich jetzt zu mir gepackt klar, ich renne es noch mal hier quer durch die Höhle um nur meine paar Sachen zu suchen ja, wenn... oh, das war... oh, zum Glück hab ich die Diamanten genommen, ne? sonst wären die jetzt weg sonst wären die jetzt weg Mann, ich will doch nicht in die Höhle, ich will... aber da... oh, lau da eisen eisen 0 so, Moment, wo hab ich denn... hier... Kann ich dann hochbauen so, Moment, wo hab ich denn... hier... kann ich dann hochbauen du baust doch wo irgendwie wieder was hin, weißt du? die er auch schon mit dem uns so ist er schon ehr er war und da er ich ich habe keine Sachen aber auch hätte ich für er hat er hat er so ich habe meinen Haus das ist der Funde wo da wenn sie sie so nicht ach da ich bin ich hab den Schaub ich habe zwei Schaub oder ich habe es über drei Schaub ich kann ihnen gleich noch auf dem Bett kraft mit Kümmer ich dachte es können dann schlafen gehen zusammen wird ach so ich wollte gerade um und so wo ich nicht bin das Haus natürlich ach so dass auch so dies war nicht mein Wirt Röger der Ehezeit war wieder nix hier das ist es kann man ein Sturl zwischen er hat so ich bin da auch ziemlich um ja wie soll ich sagen ich habe auch immer Pech bei Minecraft was keine Aktie gegeben hat ja alle hier Ups Ich baue mir mal schnell mein Bett dann bei dir auf Oh geil, ich habe ja kaum noch Holz, Hammer geil So Geil, und ich habe dir meine Acht gegeben Baue mir mal bitte ein Holzding ab Kann ja eins geben Oder das? Zwei sogar Oh, danke Scholke, wieder rennen, rennen und wieder rennen Ja, ich habe leider nur ein Gebrauchtes Bisschen an der Verkauf geworden Ey, ich habe ein 4-Rest-Deck Eisenerz und 5 weitere Äh, fuck, wie, ähm, was wollte ich gerade machen? Ah, ich habe... Machen wir das denn da, haben wir das, dann machen wir das so, dann machen wir das so, so Dann hat man das schon, dann baue ich mein Bettchen da auf Fakkeln hat er auch schon drauf, ist gut Das ist schön Hast du überhaupt schon ein Haus gebaut? Nein Aber ich wollte jetzt gleich anfangen damit Da kann man meins weiterbauen Es verschönern, ach, verschönern Ach, verschönern Verschöderlich auch noch verschönern das Haus Aber gut, ich habe hier noch 10 Pflasterstellen, dann machen wir nochmal einen weiteren Ofen Dadurch dann auch mal 1, 2, 3, 4 Kohl, nee, 6 Kohl rein und da mache ich das Eisenerz Und hier mache ich mein Golderz und dann mache ich mir mal eine neue Schaufel, falls ich... Nein, habe ich nicht Schade, oder? Ach, hier, du kriegst du noch zwei Diamanten von mir Ah, jetzt die Axt kaputt scheiße Den hast du, ein Baumein noch Ich leg dir die zwei Diamanten einfach in die Truhe, ja Ja La la la, tun gewohne mich nicht weit entfernt, ey La la la... Bauen wir uns noch ein U-Bahn-Schacht dann Irgendwann Oh Also erst mal ich euch mal ein Hausachter heiß, dann drohe Das Haus fertig Bauern, 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 Bauern So Es kommt gerade schon wieder, Tukas on Cup Haha Oh, ne Schleiße Oh, ich weiß gar nicht, das hat sich irgendwie voll so an, ey, voll igelhaft Oh, da geil Level 22 Ja, wir werden 22 ein paar episch mehr So, jetzt kann ich mir auch wieder Ein bisschen Holz craften Dum 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 Ja, ich habe eigentlich sehr viel Holz gerade Echt? Ich habe Ein... zwei, zweiundsechzig Stacks Ich habe drei, vierundsechziger und noch ein Sechziger Also, sagen wir vier Alter Schwede So Rohholz oder Nein, nein, Eichenholzbretter Achso, ich habe Rohholz Achso, nein Die Bordmann ein Boot Ähm, das Boot geht wie, ähm, also Äh Du musst, ich, ich muss dir echt mal die Minecraft-Wigi-Seite zeigen Ähm, das Bordmann, äh, mit Einholzbrettern Ähm, einmal links Links, also links in der Mitte Ja Einmal links unten Ja Einmal in der Mitte unten Ja Einmal rechts unten Und einmal in der Mitte Äh, rechts in der Mitte Äh, ja Ja Ah, okay Er hat, er hat Er hat Er hat Vier Boote So Wadda bumm Schwimm den nicht weg, die Boote Äh, nein, solange du die nicht irgendwie anschubst Achso, nein, nein, also du meinst mit einer Zeit, oder? Ja Ne, ne Die bleiben schon da, wo sie sind Ok Das passiert nicht, da braucht keine Angst haben Ich bin für dich da Komm, so eine traurige Musik, deswegen hab ich das jetzt gesagt Ich bin für dich da, das weiß ich doch Jetzt mal Sorry Das sieht so scheiße aus Was hast du schon gemacht? Egal So Eines Tages werden wir jetzt die Mine besteigen Voreint besteigen Höhen Höhe Höhoе Boah, ich hab so wie�th oubagsiaus, Alter, das... Hausseientlich noch ne Burg Ach keine Ahnung, was das wird, ey Schön, dass sich so ne Burg von hinten ne Äh, und der Baum ist gewachsen wo ich die gepflanzt habe hehe Neих Der erinnert immer An mich einmal wenn ich mal sterben sollte oder so er erinnert ich bin nicht als sie danach unterbrechen und dann soll es doch bitte bei einem ok wenn du dann vor dem Baum stehst und da war wie immer nochmals schmerzt den Stock einer und in der Mitte also mit unten und dann sonst dann Eisenbrenner das Bier wie haltet beim Kürtel der Schöpfchen Schöpfchen er lernt für jetzt zwei Kartoffeln auch da wollte ich kein Bonbon äh kein Leuker ein Baum bauen die Böbel vor der Zungebrächer Bonbon sag mal ähm Blaukraut ist Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid nein danke komm versuchts so warte jetzt muss ich mal fackeln machen ne wie machen wir noch mal fackeln ich hab das gerade nicht wie machen wir noch mal fackeln achso du meinst mich ähm oh fackels warte im ofen ne nein nein wir sind backen oder wat ne aber sag mal wie machen wir jetzt ne fackeln oh fuck ähm warte äh oh fuck eh Moment oh John's Brothers Moment oh jemals ach äh 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 ähm fackeln macht man einen Stock nach unten in der Mitte und eine Fackel äh einmal Kohle oben achso jetzt nicht ganz oben sondern in der Mitte halt oben super achso ok ja jetzt soll ich wieder 44 fackeln äh willst du nicht zu mir ins Haus kommen kommen kurz schlafen dann ist wieder Tag ja ich komme da wird's mir nicht so schön warm ich komme lololololololoo Meine Rüstung wird wahrscheinlich zu schwer sein Wie heißt sich für Sorgen um ihn gemacht? Ich wollt gerade so ankommen Ich glaub wir fennen im gleichen Bett Egal, das ist schön. Ey, nee. Warum geht das denn nicht? Wie lange müssen wir nur schlafen? Moment. Guten Morgen. Ich habe mir die Hose gemacht. Ich darf das andere wieder aufwischen, ey. Ich habe mir die Hose gemacht. Das mache ich auch im Real Life, wirklich, ey. Ne, ich habe mal keinen Bock auf Brunten, weil mir halt die Hose geht. Oh, da stellt sich ein intelligentes Skelett sich unterm Baum, damit er nicht verbrennt. Aber nicht mit mir, Digga. Was braucht man nochmal, um Steine abzubauen? Steine abbauen möchtest du eine Spitzhacke. Ja, wie machen wir die? Ich habe eine Hausaufgabe für dich. Das nächste Mal, äh, lese mal die Grundrezepte durch von mein, äh, mein, äh, mein, was ist Minecraft-Wiki? Ne, mein-Wiki, ne, Minecraft-Wiki, jetzt halt.